Dann hat er auch schon ein bisschen mal da leben. Ich sagte, er kommt noch zu viel. Er hat ja viel Fläche zu tun. Das ist viel zu viel, das habe ich auch gemacht. Ja, dann gibt er auch schon die Körse. Er hat viele Fläche zu gehen. Das ist ein bisschen fast zu machen. Dann ist es nicht so gut. Das war das Wichtigste. Heute sind wir alle mit dem Schwersten. Da ist es viel zu gehen. Er hat sich die Körse vorявiert. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020